Herzlich Willkommen zurück, liebe Leute, bei Let's Platin Rocket League. Wir sind hier in der Saison, haben die neue Karie ausgewählt, Backfire, mit der wir ein Spiel machen müssen. Also machen wir das einfach mal gleich, das hier, das nächste Match. Und natürlich werde ich jetzt hier auch nochmal drauf achten, dass ich hier vor 60 Sekunden das Gegentor kassiere, dass es unentschieden steht. Und ja, dann schauen wir uns einmal, ah, die haben zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Ja, wir sind natürlich hier 3-0, ne? Ja, bevorzugt hier werde ich das Ganze hier natürlich auch so machen, dass das Ganze hier so weit ist, dass ich hier, na, die Dinger hier nicht, beziehungsweise, ja doch, genau, dass ich die hier nicht verliere, weil es natürlich dann ja dementsprechend hier die Siegesserie direkt noch mitzählt, die man dann hier machen kann. Und ja, na shit, dachte ich, der hilft nochmal drüber, aber wohl nicht. Hey! Äh, wo ist er denn jetzt dahinten? Nein, schade! So, nehmen wir den auch mal noch mit? Nein! Äh, so, genau. Passt. Gut, dann werde ich jetzt mal wieder hier an der Wand entlang fahren, um mir die Trophy zu holen. So, aber wieder weg. Wir nehmen den Fuß da mal noch mit. So, und los geht's. LOL! Okay, Freak. Scheiße. Aber naja, solange es ja nur so steht, geht's ja noch. So, wobei ich noch kurz im Jahr. So. Sicher, sicher. Aber wenn der jetzt hier schon so loslegt. Na, man weiß ja nie. Gut, jetzt sauber hier nochmal ab. Auf die Wand. Können wir das Tempo-Dings ja gleich mal noch mitnehmen. Die Trophy. Mit dem Boost. La, 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 la. Boah, das war wieder knapp. Fast hätte er da geschossen. Aber war da auch noch fast. Din, 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 din. Wo ist denn der Ball? Ah, da. Na gut, der ist noch beschäftigt. Der Kerle. Pling, Wandkriecher. Gut, da haben wir den Trophy auch schon. Sehr schön. Da können wir natürlich jetzt wieder runter hier. Und mal noch das Boost-Gedönsel machen. So. Und nochmal. Alles klar. Nochmal. So. Und nochmal. Ach ja. Und nochmal. Jupp. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Höh. Wer so lange echt nichts hinkriegt. Ist das gut? Hui. Das ist natürlich auch noch gucken. Es gibt natürlich auch noch eine Trophy hier. Alle Teile freischalten. Also wirklich komplett alle. Noi. Jetzt hat er ein Heiktor geschossen. Oh Mann. Mann. Was ein Depp. Ja. Ne. Aber das kann man natürlich hier mit dem neuesten Patch, den ich natürlich hier. Aha. Drauf habe. Äh. Pushen. Und das werde ich dann schlussendlich auch so machen. Weil es natürlich auch bei welchem schneller geht. Ähm. Spaß. Ja. Ja. Danach kriege ich auf jeden Fall nochmal eine Trophy. Gerade hier wegen den Karosserien hier. Tor. Aber theoretisch ist es eh relativ egal. Weil ich ja muss ja hier, wie gerade eben schon noch, wenn ich hier alle Teile habe. Äh. Also daher gesehen, muss ich eh mit allen Karosserie fahren. Oh Mann. Der weiß hier schon, äh. Dass ich hier, äh, dass es das falsche Tor für ihn ist. So, das ist jetzt mal direkt mal von Anfang an in Ruhe. Mal gucken. Ob er den wenigstens so hinkriegt. Klopp, 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 klopp. Hm, na, ich glaube ich Hälfte mal, wa? Oh, ob ich jetzt hier selber mir zwei Tore reinbolzen kann. In der Zeit. Ist hier jetzt echt fraglich. So. Gut, es hat nur 80 Sekunden Zeit, mir selber ein Tor reinzuschießen. Hm. Okay, da. Hey, ich will dir doch helfen. Äh, okay, das schaffen wir nicht mehr. Das wird nicht reichen. Nein. Och Mann. Ist er scheiße. Naja. Dann machen wir mal so, weil ich nochmal gucken, ob er irgendwas hinkriegt. Hui. Dauerboost. Nee. Ja, ne. Jetzt will ich mal, dass er da noch irgendwas hinkriegt. auch nö jetzt hat er echt noch ein paar geschossen so echt Mann, oh Mann, oh Mann so, nicht, dass es hier gleich wieder passiert Batsch so meine Runde rumpösen hier Feuert Pling, Gewinner so, genau die nächste Trophie auch hier für die ähm, na zwei klassischen Battlecars ähm, deswegen gehe ich jetzt aber auch nochmal kurz zurück ins Hauptmenü, weil ich will nämlich hier die andere Karin nochmal auswählen also erstmal die komplett hochleveln ähm, einmal zurück so, Garage da war jetzt hier Rotor, kann man es auch frei genau, der hier Siege 4 ach, wobei ich könnte natürlich auch erstmal hier den anderen Karin, das müsste hier unten sein, freischalten mit hier jeweils einem Sieg von hier den ganzen Karin wobei ich da da bleiben wir jetzt auch wie vor bei ihr äh, bei dem und machen wir das nächste Match auch noch hier und da hoffen wir jetzt natürlich, dass es da mal endlich dann klappt hihihi ah dass der ein Tor reinkriegt Topia Colosseum Dämmerung mhm gegen Guardians oh, die haben nur ein Spiel verloren so gut das sollte jetzt auch wohl hinkriegen, ja nochmal ein Tor in der Zeit hui hui da sah ich da wahnsinn warte mal schauen, hier ob nochmals ihn kriegt wenn überhaupt mal seh mal so ab jetzt mal so rum dass ich auch immer je einmal hinliege mhm mhm Pling Turbo genau ist aber die Trophy auch ja ne so langsamer uns jetzt enger was wir machen können nebenbei ist der doof du sollst ja dein Eigentor schießen sondern du sollst auch meins schießen ach man krass ein Held komm Kollege ich helfe dir mal hä hä oh super ich bin stolz auf dich na also so 2-2 Gott viel Spaß ja bin ich froh wenn die wieder vorbei ist weil er kann natürlich hier äh normal spielen nein schade oh okay jetzt liege ich schon mal hinten das heißt jetzt mache ich mal wieder ein Tor was ich jetzt natürlich schon mal nicht geschafft habe was ich schon mal es wäre auch schlaue ich sehr schön was nein Hä? Na komm. Hey. Mei, mei. So. Unentschieden. Sehr schön. So. Jetzt auch er wieder. Den, den, den. So, wie für Sie, war das ist eigentlich schon. Was hab ich jetzt hier? Noi. Gut. Dann halt ich wieder. Bum. Nee. Ich glaub, ihr spinnt. Aha. Der nebengeschossen. Nein. Oh, schade. So. Schön, du darfst wieder. Ah, geil. Bäm. Mittelfeldpass. Äh. Na ja. Ein Minuten geht's noch zu überbrücken. Dann können wir loslegen. Dauer-Tobo. Das ist natürlich jetzt hier schon mal für die 5000 Kilometer Trophy oder was es da war. Oder 5000 Meter. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Für das ist hier die Trophy da. Was ich jetzt hier grad mach. Einfach nur sinnlos im Kreis rumfahren. Mit Tobo natürlich, dass es schneller geht. So schneller gibt's die Kilometer drauf. Blub, 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 blub. Kriegt der noch mal wieder hin? Nee, ne. So. Ja, ja. Minute 10 noch. Der spielt die genügend mit seinem Ball. So. Eins. Noch eine Minute. Genau. So, jetzt wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Da. Na? Oh, praktisch. Nein. Nein, 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 nein. Hä? Boah. Nein. Fuck. Scheiße. Oh, man. Okay, jetzt wollte ich Glück. Ha. Huuu. Okay, nice. Das war schon mal gut. Jetzt leg ich immer noch mal. Das wäre ideal. Bam. So. Und jetzt ja, Und jetzt ja, Keins mehr kassieren. Ha. Hu. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Was ein Stress. So. Was wir wegschießen. Ja. Gut, das sollte reichen. Sack, in letzter Minute. Wunderbar. Sein Matt Lackierung. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Wollen wir auch gleich mal anlegen. Nehmen wir die. Ha. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Nochmal eine mehr. Sechste Woche. Noch drei Wochen mehr. Für hier auch die nächste Trophy. Ja, klar. Barakudas 5-0 vorne. Nur, das sieht ganz gut aus. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in den nächsten Runden wieder. In der nächsten Woche. Gegen hier. Was ist das hier? Rebels. Und ja, schauen wir halt mal ein, ne? Bis dann. Jetzt einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Wünsche euch was. Ne? Servus. Und ciao.